Bevor dieses Video beginnt, will ich einmal noch ganz kurz sagen, dass die Stimmqualität leider etwas schlechter ist als in den vorigen Videos, weil ich so dumm war und die Audiospur von dieser gesamten Aufnahme, die sieben Folgen beinhaltet, einfach mal mit der Aufnahme, die wir danach gemacht haben, überspeichert habe. Und deswegen, ja, ist die Tonqualität jetzt von meinem Headset und nicht von meinem Mikrofon. Und ich hoffe, dass die Folgen euch trotzdem gefallen und ja, dann viel Spaß! Hallo meine lieben Leute, willkommen zurück bei Projekt Infinito. Ne, Infinito wäre jetzt ja falsch. Wer jetzt ja Infiniti, aber wenn es heißt Infiniti, mein Lieben. Und seinen geilen Reaktor, den der Lieben Janus direkt mal richtig geil zusammengekleistert hat. Nein, du hast mir geholfen, wenn ich das jetzt nicht wüsste, wäre ich am Arsch gewesen. Ja gut, ich hab dich gesagt. Hätte direkt Internet angeklatscht und dann mal gesucht. Haben wir denn schon Oranium? Ja. Hast du die Reaktor? Ach stimmt, wir brauchten für ja Oranium, stimmt ja. Warte, warte, aber ich mach nur ein... Du, wir brauchen ja nur... Ich brauch drei Stück noch. Ja, okay, easy going. Hier, komm mal, hab vier Stück für dich. Nice. So, äh, den Rest tue ich einfach mal einen Reaktor, oder? Ja. Oder die macht zu einem Block. Nee, ich hab ja noch fünf, stimmt. Nee, mal machen oder machen am besten mit erstmal nichts. Beweil dir erstmal aufwärts, noch ein bisschen was brauchen müssen. Obst du jetzt hab ich... Ah, ich hab eh noch zwei, drei Wochen gerade abgezogen. Gib dir die einfach mal. Okay. So was, wie man die aufhebt. Wo sagt die eigentlich? Äh, die ist ganz, ganz weit im Süden. Wenn er jetzt gar nicht fahre, ähm, was will ich machen? Dann hab ich das Film-Materialien. Da ist es einfach. Pass mit viel Koppel. So. Dann muss ich den Reaktor einmal. Oh, runterfahren. Wir müssen mal den Enhanced Energy Condit bauen. Vielleicht können wir ja mal später Multifahren, ob der uns diese Condit Binder mal geben könnte. Weil der hat ja noch welche. Passt nicht. Wofür? Für die Enhanced Energy Condit. Oder können wir so Leadszone Energy Condit unternehmen? Warte mal. Oh, shit. Das ist jetzt so schmiert, oder? Jetzt kurz. Ja. Mit schwarzem Brennau aus Kanälen ist das. Ohne gut, so wie haben wir noch einen Rangzweig-Teil. Will. 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 Lüft. Das hat Logik. Ah. Das ist die Logik. Okay, da ist es. Sicherlich gesucht. Reaktor-Power-Tab. Ich weiß es noch nicht. Okay, es ist Power-Tab einfach das Ganze. Warte, so. So. Die Hälfte ist schon voll. Ach, okay, gut. Jetzt kommen die Maschinen hier in den Anschluss. Ach, so, nicht die. Ja. Das sind die von Ender.io. Okay, dann gehen wir hier. Weil das ist echt nicht teuer. Ne, ihr seht nicht. Haben wir schon die... Ah, jetzt Matic haben wir ja schon. Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Die beiden, jetzt kommen wir nämlich den Lava-Generator auch noch da ransträmen. Und jetzt könnten wir doch eigentlich die Maschinen schon da hin. Die hier ist gleich leer. Ja, warte, wenn das Ding hier gleich fertig ist. Ach, ich hab das ja auf Dings gestellt. Ich muss das auf beide Stellen. Ja, genau, genau. So, dann kann ich dich nämlich schon mal wegnehmen. Dann kann ich die auch wegnehmen. Äh, drei Sinonite. Sinonite. Warte schon. Dann kommen die jetzt nicht auch direkt aneinanderpacken. Warte nicht, Paul. Den Lava-Generator mal ab. Den kannst du da auch irgendwie noch ranpacken. Vorsicht selber, Output. Paul, die dann einfach mal... Kann man mal so einen Technikraum bauen? Das ist gar nicht, warum? Ähm... Ich würde mich gleich noch weiter ein bisschen mit dem Hausbau beschäftigen. Ey, du sagst doch mal später hier in den Bauern so einen Raum. Ja, so da kommt die, da kommen die Büsche hin. Nicht mal auswählen. Also, ich wollte das aber hier, wo wir jetzt hier schon sind, der Reaktor, der wollte ich eigentlich dann, wenn, du wolltest ja so im Keller, die ganze Technikraum packen, den wohl schon auch in den Teller packen. In den Keller packen. Wir wollen so ganz ohne Fahrrad nicht aufgebaut. Gell. So, nein, nein, nein. So, nein, nein. What's here? So, jetzt machen wir noch. Wir sagen, dass wir oben, warte mal kurz, ich mach's mal kurz. Muss man kurz, ich mach's mal kurz. Da kommt der auch gut. Dann wird's von oben noch abgezogen, Tomoni um die Kiste rein. Oder? Ne, wir nehmen fest. Ne, wir haben noch das jetzt. Da, 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 doch. Wir packen das jetzt direkt aneinander, guck die an. Du kannst es direkt aneinander packen. Also, okay. Das geht jetzt vom linken direkt ins rechte rein. Und da kommt dann nichts. Nice. Ey, du Spackloch, ey, du hast irgendwas gemacht. So, den Rest. So, der Reaktor ist momentan aus, aber wir haben so viel Energie, ey, ganz ehrlich. Ähm. Ja, ist auf jeden Fall immer ganz nice, Alter. Ich feier's einfach. Ich feier's auch bei uns. Bis hier. Das war es hot, party hot. Ich feier's auch so party hot. Warte mal nie. Stone. Ach, der Chisel ist ja auch weg. Ich hab schon Chisel mit dem Braus. Das doch mit Stein bauen. So, Riggs. Ja, ich hätte sowieso mit diesen Stein hier gebaut. Geh mal mal gut, schön Chisel. Hab ich dir schon gegeben, hast du schon. Nein. Doch. Antrim ist aber doch nicht sind wir haben noch nicht bei der Steine das ist schon Jürgen den Grat Kiesel wenn man dann noch mal noch mal hier noch ein Fenster hin und dann gehen nach hier weniger nicht zu Hause kurz ECO ich finde die Kuhler Nils so sechs Jahre wie sie die Zellen und Geil aus sobald ich weiß gar nicht nicht wie es jetzt so ausweichst du auch noch einmal na ich finde einen anderen cooler was ist cooler warte hier baut du einfach mal aber wir haben aber wie lange haben sie jetzt schon noch mal auf die gescheitze in den ternischen 6 minuten mann ihm aus und zweit bei einem reaktoren ausgestattet die ja auch aufgrund der drüben ist und die bliebte verankommen hat sich in vatern gar nicht und gehalten können ganz ehrlich ich hab schon ein spurt schon immer mal so ein projekt mitmachen. Ja, wollte ich auch. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch nie so einen großen Projekt mitgemacht. Relativ groß. Aber nur die Stimme. Scheiß Optifine habe ich immer so scheiß Frame-Anbüche. Es dauert noch so mega lange, bis ich fertig bin. Ich brauche erstmal Stein, tut mir leid. Tut mir leid. Aber der Stein geht vor. So. Dann. Gold haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen. Wir können mal in diesen Ofen unsere Potatoes rein holen. Kurz davon erst mal welche. Aber wir haben ein Stack und ein Stack. Ach, wir haben sogar noch Bread und Weed und Toast und ein bisschen was mitnehmen. Ach komm, nimm ich Bread mit. Ich habe noch Apple Juicen und alles rein liegt. Ach, shit. Ach, shit. Ach, ich habe doch sogar noch. Wo hatte ich doch noch? Na, geht's. So. 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 Vielleicht das Problem. So. Hier in Deutschland. Darf ich noch einen. Ich mach mal noch eine Double Chest. Okay. Ja, wir können sie können auch mal eine Eisenschest oder so auch mal machen. Vielleicht bringt das ja was mehr. Äh, warte. Iron. Ähm. Ja. Nee, jetzt habe ich aus Versehen. Ja, hier. Okay, ne Chest und Eisen. So, Chest. Jetzt habe ich. Und Eisen. Wo hab ich mal zwei davon. Eisen, 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 Eisen. Eisen, Eisen. Wir haben kein Eisen mehr. Really, shit. Wo hast du noch das Eisen? Äh, ich habe noch Eisen. Oh, gut. Gut. Warte, ich war nur acht Stück. Hast du? Acht Stück nur? Ne, habe ich leider nicht mehr. Mining Turtles hast du hier schon aufgestellt? Ne, noch nicht. Ah, die stehen noch im Dingsrum. Die stehen noch. Äh, hier ist die Kohle. Kannst du vielleicht mal. Also, ich habe hier noch eine. Aber ich glaube, die Kohle reicht auch nur für einen, ne? Also. Okay, komm. Steht jetzt einfach nochmal hier hin. Dann. Nein, wir. Also, die eine mit Turtle steht jetzt in dem Dingsrum, ne? In der anderen Welt. Äh, what the fuck. Guck mal hier runter. So, hier ist auch noch Eisen. Warte, wo ist mein Arme? Ah, mein Hänggleiter ist auch weg. Fuck. Sonst hätte ich da runterfliegen können. Häng. Häng, häng, hier. Hänggleiter. Oh, das war ich. Hänggleiter. Hänggleiter. So sieht es nämlich aus, meinen Nehmen. So sieht es nicht. Mein Gott, komm mal ja runter. Oh, so ist man schon Energie speichern. Nice. Was für ein Zimmer, 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 Zimmer. Okay, gut. ganz so sehr schön wie viel input durchführen noch sehr hoch und nicht mit als es nur dass wir haben es ist nicht mehr das ist das nicht noch haben bis die leuchtenden Risierendes Eisen? Äh... Poinsetig... Iron... Ja... Mein Poinsor visiertes... Paper Risetig... Endaio... In der Perle plus Eisen... Äh... Wir haben eine... Okay, wir haben einen... In dem dann... Warte, was ist es? Oh... Oh... Oh, danke! Ist das jetzt in GS? Ja, ist... Oh... Wunderschöne... 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 Hallo? Ja, ja, ich habe mich gerade... Weil wenn ich... Ich habe nämlich Muten bei GS auf... Äh... Auf die Serum... Grat... 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 Was in dieser Fall nach oben ist... Und deswegen... Möte ich mich... Ist mir gerade aufgefallen... Wunderschöne... Was haben wir... Na, ich habe dann... Hast du zugehört... Also... Einfach in... Dieb Dark setzen... Ja, guck mal... Ne, nicht... Nicht in Dieb Dark... Guck mal... Bis jetzt in Dieb Dark... Ne, guck mal... Guck mal in die linke Welt... Also die linke Welt ist ja die... Die... Dieb durch... Dieb durch... Im... Đa... Ihr macht... Die... Nichts... sollten zu uns das nicht der Lüge ich hab's heißen und wenn ich das hier und sie sich aufnehmen es ist in diesen Ausschnitt hier gehen ich bin heute sind es das ist bei uns zu verletzten und um abhängig Euro Julien auch als er schon wieder es ist in die Tat ist es in die Siegung so wird das nur auf einem Nachhinein das ist und dann geht so weiter zu tun das ist mir sechs die sechs Minuten gesagt er ist jetzt und kann man nicht er hat man noch nicht in Deutschland traurig die Folgen haben wir denn jetzt nicht schon aufgenommen ich hab ich glaube hier oder fünf die Leute genau um soppte, ich bin froh, nee, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, also die legen kann ich nicht das ist ne tolle Komponente gefunden so dann so dann setzte ich noch eine hier hin dahinter eine kiste Prozent die Uhr und die Anlieferung ist was das Ding ist schon voll was kommt das ist so viel wir müssen mit zwei Millionen Elf also die die Lass Basic und das Ding ist schon voll noch so ein kleiner Reaktor wir haben einmal da haben es gut gute fünf Millionen f.a. Das war nicht so. Ich habe die beiden das schon mal zum Arbeiten gebracht. Ja geil, nur gestört und eine Hacke und nicht gestorben. Hex. Hex. Falsch geschrieben. Hex einfach falsch geschrieben. Hex. schützt manchen richtig wo wollen wir wieder du bist gleich am Spawn ne du bist gleich am Spawn wenn du da guck mal da sind Äpfelbäume kannst du da mal ein paar Äpfel mitbringen also bei einem schwarzen Brett da sind ähm Äpfelbäume ach die mit dem Hillcherryleaves die Stichlitzel aufmachen äpfelbäume auch echt? das ist richtig cool das ist richtig cool ich weiß nicht wie man die Dinger macht auch gehen nämlich das hin nehme ich auch nichts mit oh habe ich so gesehen das ist das Eisen oh ich hab sogar einsetzt komm aber was du sehen Blätter vorbaut nice da kriege ich mir hier auch halt im Prinzip genau das sind gesamten Baum abgebaut oder nur einen oder nee nee ich hab nur ein Blatt abgebaut dann eins nee drei dafür so wo ging's denn hier nach Hause ähm ach ja verlaufen ich mach sie den Lärm liberate rainforest so so was nennen wir zum wie ich werde mal den Reaktion der Reaktion hä ist das jetzt Kindergreasy oder hm oh 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 das für die Linie ach der ist auf die Linie ach der ist auf die Linie das ist aber nice alter Schwede man alter Schwede war doch ne gute Idee den Reaktion zu bauen ja auf jeden Fall also ne nicht mehr die Schnauze halten hm hm das das 16 oder 18 ich ja 16 boah da bin ich ja klüger als du auch nicht warst hätt ich jetzt auch nicht gegeben ne 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 ich glaube ich das ach guck mal die können wir sogar einfach vor die Tür stellen aber wir mal so mainstream na das können wir dann schon mal öffnen ja kann man dort ach du hast du schon mal rein getan ne das ist das ist eine normale Tür also ich hab immer das ich kann ja nicht kein Kompis in das Reintuch der ist ohne Nütz dran nein nein die ist Pushterzeug äh wir nehmen schon 17 Minuten auf wahrscheinlich oder guck mal das geht das vielleicht nicht ey warte mal alter die Tür sieht doch mal aus im Ausland er kommt aber oh nice alter reaktor reaktor casing ist das geil vielleicht kommen wir das ist doch nice hier und sagen dass wir dann hier einfach mal so ne Treppe runter bauen wo es dann hier zur ganzen Technik geht ja also ich hab ich hab mir überlegt dass wir hier vielleicht hier hier so einen kleinen Raum hin machen wo wir die Maschinen hin tun und unten halt eben ein bisschen Energieerzeugung unten kommt der Reaktor hin und halt eben dann später das in das ME System sozusagen der Kern plus dann halt die Autoverarbeitung dass das automatisch als verarbeitet wird jo das ist eigentlich so der Standard wie ich das auch immer bei meinen anderen das ist ja schon mal ein das ist ja schon mal das ist ja schon mal gut ich bin das ist ja schon gut gut denn trotzdem so viel hier so viel Energie die so wie es wird auch so langsam reif die jahre 17 18 in der Schachtel hat er zu vertreten schützen er wird er mal sagen während ich hier die Bäume abholzeln was das heute ist von der Räume Infinity haben sie wieder sehr viel geschafft das Haus mit den Form an oder der Akkord vorgenommen haben schon wissen jetzt speichern die Verlöschung der Zettel und ich weiß nicht mehr was wir letzten mal das ist ja so eine normale normale Denkensystem das ist ja auch hier Sachen die vor kurzem passiert und schlechter merken kannst du sagen das ist komisch aber ist ja ist nicht ich bin ja auch fest und so sich gefahren hat ein Däumchen nach oben sind wir geblieben Schönen und darüber sind wir sind und es ist in dieser Folge was ich gut fand natürlich nicht abonnieren vergessen und es ist voll Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.